Bevor ich Christi gleich den Ablauf der Musik präsentiert, noch eine kurze Sache zu den Speakerinnen und Speakern als auch zum Ablauf. Wie sich's gehört, wir sind das gute akademische Viertel hinten dran, aber mal ganz ehrlich, in unserer hochgetakteten Hochleistungsgesellschaft, wo Burnout als Berufskrankheit mittlerweile anerkannt ist, meines Wissens nach, finde ich's ganz charmant, dass wir Kifferinnen und Kiffer uns Zeit lassen. In der Tat, patientenfreundlich und Patientinnen. Ihr Lieben, also, wir starten gleich mit den ersten Rednerinnen und Rednern und dann werden wir immer einen Wechsel machen mit drei Rednerinnen und Rednern, ein bisschen Musik, ein bisschen Sprechchöre üben, wir machen uns heiß für die Demonstration, die pünktlich um 15 Uhr, CT, also 15 Uhr, bisschen was, hier vorne anfängt, Richtung unter den Linden geht und dann wisst ihr's aus dem letzten Jahr, haben wir vorne eine Flüstertüte, Daniel wird uns weiter einheizen und ich kann euch versprechen, der letzte Redner vor der Demo wird euch auch richtig einheizen. Und jetzt zum Musik-Ex, ein Überblick von Christi. Ganz genau, damit man auch mal ein bisschen abschalten kann zwischen den vielen Reden, zwischen dem vielen Input, wird's natürlich wieder MusikerInnen geben. Es wird Techno geben, es wird Hip-Hop geben. Heute Vormittag werden wir anfangen mit DJ Sunny, auf den wir uns freuen können und Curly, ich höre schon Rufe. Und heute Nachmittag, also beziehungsweise nach der Demo-Route wird's nochmal richtig besonders, es wird ein Special Act hier auf der Bühne geben und dann können wir uns, wie schon groß angekündigt, auf Culture Candela freuen.